Servus, herrliches Wetter im Bayerischen Wald. Ich möchte heute zum Hochfall, das ist ein Wasserfall irgendwo auf diesem Berg da hinten. Ja, wenn ihr mitgehen wollt, bleibt dran. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, nicht mehr allzu weit, man hört schon den Wasserfall im Hintergrund. Mal gespannt, wie es da ausschaut, Freunde. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das war's. Jetzt geht's wieder weg vom Wasserfall. Schade, schade. Herrliche Geschichte da. Große Klasse. So, das war's jetzt wieder mit dem kleinen Ausflug im Bayerischen Wald. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel war es nicht. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen gemütliche Pause mit Tee und so. Mal schauen. Und dann geht's retour. Muss jetzt aber schon noch zwei Stunden runterlaufen. So ist es jetzt nicht. Nur habe ich keine Lust mehr zum Filmen. Das ist auch nichts Besonderes mehr. Okay, macht's gut. Danke fürs Reinschauen. Servus. Ciao. Bis zum nächsten Mal.